Musik Dieses schicke Herberts Taschenmesser ist ein Blickfang und fällt aufgrund seiner Größe dennoch nicht auf. Die edle Anmutung und die kleinformatige Gestaltung qualifizieren das Messer als Musterbeispiel eines Gentleman Folders. Schauen wir uns den Winzling genauer an. Die Gesamtlänge beträgt rund 13 cm. Der 7,6 cm lange Griff bietet drei Fingern Platz. Die Klinge ist 5,5 cm lang und 2 mm stark. Mit nur 56 Gramm macht sich das Messer in der Hosen- oder Jacketttasche kaum bemerkbar. Der Griffaufbau besteht aus zwei Edelstahlplatinen, auf die attraktive Griffschalen aus Zierdamast aufgeschraubt sind. Die türkisfarbenen Griffeinlagen sind aus Kunstharz gefertigt. Der Verriegelungshebel der Backlog-Arretierung und der kurze Backspacer sind mit feinen Pfeilarbeiten verziert, die sich auf dem Klingenrücken fortsetzen. Der Backlog arbeitet sehr zuverlässig und verriegelt die Klinge spielfrei. Die kurze Drop-Point-Klinge ist flach geschliffen. Eine Nagelrille dient als Öffnungshilfe. Auch hier kommt Damaststahl zum Einsatz. Auf eine Kernlage aus rostfreiem 8-CR13 im UV-Stahl sind beidseitig je 35 Lagen Zierdamast aufgebracht, sodass der Klingenaufbau insgesamt aus 71 Lagen besteht. Die kurze Klinge lässt sich schnell und einfach nachschärfen. Wer für besondere Anlässe ein besonderes Messer sucht oder generell kleine Gentleman-Folder bevorzugt, erhält mit diesem Herbertz-Messer ein regelrechtes Schmuckstück, das auch funktional überzeugt.